Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Anlagebetrug im Trading, Vermeidungstechniken und was im Ernstfall zu tun ist. Anlagebetrug ist im Strafgesetzbuch im Paragrafen 263 geregelt. Jede Art von Täuschung, die eine Bereicherung eines unerwünschten Dritten an der eigenen Kapitalanlage zur Folge hat, zählt zum Anlagebetrug. Die Ausweitung der Investitionen in der Online-Welt durch Online-Broker hat zur Folge, dass immer mehr Betrugsfälle aufkommen. Während Online-Broker somit die Plattform zu den Börsenplätzen der Welt für jedermann öffnet, gibt es wohl immer mehr Betrüger, die sich als Broker ausgeben, doch gar keine sind. Kennt man ja hier in den Videos nun wirklich zuhauf. Es werden von den illegalen Brokern immer wieder jede Menge tolle Versprechungen gemacht. Wie zum Beispiel, dass man 100% Garantien bekommt oder sogar 100% Bonus. Mit 100% Bonus ist gemeint, zahlt ihr 250 Euro ein, dann erhaltet ihr mindestens 500 Euro auf euer Kontogut geschrieben. Das ist nichts anderes als Blödsinn. Natürlich wird es niemals dazu kommen, dass ihr 100% Bonus bekommt. Ihr müsst euch die Trading-Broker so vorstellen wie eine Bank. Wenn ihr ein neues Konto eröffnet, ja, das gibt auch Content, wo man, weiß ich, 250 oder sogar 500 Euro Willkommensbonus bekommt. Ja, aber dafür muss man dann auch mindestens 1500 Euro oder so ähnlich einzahlen. Und, naja, 500 Euro Willkommensbonus habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Aus den Zeiten sind wir tatsächlich bei den Banken auch schon raus. Auf jeden Fall muss man die Finger davon lassen, wenn man merkt, dass die Gewinnversprechungen und die Bonusversprechungen viel zu hoch sind. Was auch immer wieder ein großes Indiz dafür ist, dass ihr kein seriöses Callcenter am Telefon habt, ist, wenn Musik im Hintergrund läuft. Meistens ist bei gerade betrügerischen Callcentern aus dem Ausland eine halbe Diskothek im Hintergrund zu hören und Partystimmung ohne Ende. Dann gibt's gerne mal auch das Klingelglöckchen, wenn Sie irgendjemanden gerade frisch beschissen haben. Und dann klatscht und jubelt das gesamte Callcenter. Ich glaube nicht, dass euch sowas bei einer normalen, seriösen Bank passieren würde. Aber es gibt noch mehr, woran man erkennen kann, dass man bei einer betrügerischen Plattform gelandet ist. Prüft zum Beispiel, ob die Webseite ein Impressum besitzt. Normalerweise ist es so, dass eine anständige, seriöse Webseite immer irgendeine Impressumseite hat. Heißt entweder Impressum oder Imprint. Also zu deutsch eine Seite, wo man die Kontaktdaten und alle Regelungen der Webseite findet. Wie man den Gegenüber erreichen kann, wo er gemeldet ist und wo er seine Steuern begleicht. Betrügerische Plattformen schreiben hier entweder völlig falsche Daten rein, die überhaupt nichts mit der Plattform zu tun haben. Das fällt ganz oft dabei auf, dass in der Domain ABC steht und der Name der Firma DFG heißt beispielsweise. Also ein komplett anderer Firmenname, als die Webseite eigentlich heißt. Das kann legal sein, ist aber in den meisten Fällen nicht so. Denn welche Firma benutzt eine völlig firmenfremde Domain, die nichts mit dem Namen zu tun hat? Man möchte ja bekannt werden. Und wenn die Firma Sparkasse heißt, dann wird auch ziemlich sicher die Domain, also die Webseitenadresse sparkasse.de heißen. Natürlich können die auch leicht abgewandelt sein. Wenn die Domain schon für irgendeine andere Firma reserviert war und die Domain halt eben belegt ist, dann gibt es da vielleicht auch Alternativen. Dann nennt man die Webseite halt sparkasse24.de. Nur so als Beispiel. Dann macht man einfach nur irgendeine logische Zahl noch dahinter oder irgendwas, was darauf deuten lässt, dass man schon mit der richtigen Firma auch verbunden ist. Naja, und dann geht das Spielchen eigentlich weiter. Telefonnummern stehen oftmals gar nicht erst auf den Webseiten, dass man die Firma erreichen kann. Oder sie schreiben Telefonnummern auf die Webseite und wenn ihr diese Telefonnummer dann wählt, dann gibt es die Nummer gar nicht oder ihr kommt sogar im schlimmsten Fall bei irgendwelchen Privatpersonen raus. Oftmals sind die Webseiten auch gar nicht alt. Wenn man am Telefon fragt, wie lange die Firma denn schon am Markt ist, wird ganz oft erzählt, schon über zehn Jahre und noch länger. Nun ja, aber wenn ihr dann einfach mal die Domain prüft, wann die gekauft wurde, dann kann man das ganz oft feststellen, dass die Domain bei weitem nicht so alt ist und es sich hier definitiv schon um die erste Lüge handelt. Mit den Telefonnummern, mit denen man von solchen Firmen angerufen wird, die im Display stehen, die kann man auch zu 99,99% nicht zurückrufen, wenn es sich um eine Betrugsfirma handelt. Die Rufnummern sind schlichtweg gespooft. Das heißt, man hat einfach technisch eingetragen irgendeine x-beliebige Nummer, die nicht existiert oder im schlimmsten Fall tatsächlich irgendwo existiert und man tut so, als würde man, tja, also wenigstens nicht unterdrückt anrufen, sondern mit irgendeiner Rufnummer, ja, aber man kann sie nicht zurückrufen. Ruft ihr die Rufnummer zurück, kommt entweder, dass die Nummer gar nicht erst vergeben ist oder es meldet sich irgendjemand Privates dran, weil die Rufnummer durch Zufall irgendjemanden gehört hat. Naja, und dann gibt es da auch noch die angeblichen Lizenzen bei denen auf der Webseite. Oftmals schreiben sie gern hin, dass sie bei der BaFin reguliert werden oder durch sämtliche andere Unternehmen und schreiben sogar eine Regulationsnummer dahin. Nun ja, da gibt es dann auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder es stimmt einfach nicht und man sucht bei der BaFin nach der Regulationsnummer und die existiert einfach nicht. Oder man bedient sich hier einfach wieder an einem legalen Unternehmen, was wirklich auf der Börse handelt und tut nur so, als wäre man diese Firma. Dann ist natürlich auch der Domainname nicht mehr passend, wenn der Domainname für die echte Firma ja bereits belegt war. Das kann man hier auch quasi rausfinden und suchen, indem man einfach den Firmennamen nochmal googelt und schaut, ob man auf der gleichen Webseite landet oder sogar auf einer ganz anderen, die dann deutlich seriöser auf einmal aussieht. Die illegalen Trading-Betrüger, die legen natürlich auch keinen Wert auf Datenschutz. Das beginnt schon damit, dass ihr, wenn ihr euch angemeldet habt, sofort telefonisch kontaktiert werdet. Obwohl das völlig gegen das Gesetz arbeitet. Aber auch die Login-Profile auf den Webseiten haben keine Zwei-Faktoren-Authentifizierung oder überhaupt sichere Passwörter. Meistens bestehen die Passwörter maximal aus Buchstaben und Zahlen und auf keinen Fall mehr als 8 oder 10 oder vielleicht 12 Zeichen. Sonderzeichen gehen dort schon gar nicht. Das hat mit einer etwas komplizierteren Programmierung zu tun und einer anderen Datenbankstruktur, dass das funktioniert. Naja, und die Betrüger, die brauchen sowas halt gar nicht, weil so weit wollen sie ja gar nicht kommen. Euer Konto muss gar nicht gesichert sein. Oder auch, dass die Betrüger euch Passwörter generieren können. Also zum Beispiel A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das werdet ihr definitiv niemals bei irgendeiner seriösen Bank als Startpasswort bekommen. Nun ja. Und ein ziemlich krasses Indiz dafür, dass es sich hier um kein seriöses Finanzunternehmen handelt, ist nicht nur die Musik am Telefon, sondern auch die deutsche Sprache der tollen Betrüger. Meistens sind sie der deutschen Sprache nur halbwegs mächtig oder, naja, sogar gar nicht und lesen alles nur von ihrem Skript ab. Und sobald man irgendwelche Fragen stellt, hat es sich dann eigentlich mit dem Gespräch auch schon erledigt. Oftmals rutschen die Gespräche dann in, tja, unter die beleidigende, äh, ja, Gürtellinie und das war es dann eigentlich auch schon und da hat es sich dann spätestens verraten. Das Schlimme ist bei diesem Finanzbetrug, oftmals wird man damit überredet, probier es doch erstmal aus, man könnte das Geld ja wieder zurückbuchen. Das Problem ist, dass die Gelder auf Mittelskonten landen und von da aus das Geld weiter transferiert wird. Oder sogar über Kryptowallets, die man, naja, sowieso nicht mehr nachvollziehen kann, ist technisch einfach gar nicht mehr möglich, bei einem Kryptowallet rauszufinden, wer dahinter steckt. Und wenn ihr das von Kryptowallet A auf Kryptowallet B überweist und die von Kryptowallet B auf Kryptowallet C, hat sich die Spur sowieso schon komplett ausradiert. Man kann sich dann, wenn man das in komplett andere Kryptowährungen umtauscht und dann wieder einen Euro zurückzahlt, kann keiner mehr nachvollziehen, wo das Geld eigentlich letztendlich gelandet ist. Denn, naja, über Kryptowallets kann man Geld wunderbar waschen. Grundsätzlich sollte man, wenn man auf so etwas hereingefallen ist, immer definitiv die Polizei einschalten. Auch wenn man, naja, sich denkt, es ist vielleicht nur die 250 Euro, die man da verloren hat, oder auch wenn man da peinlich berührt ist. Man sollte in jedem Fall die Behörden informieren. Denn, naja, wenn keiner etwas tut, dann wird sich daran auch nichts tun und im schlimmsten Fall werden noch mehr Leute beschissen und betrogen. Und nicht nur im schlimmsten Fall, sondern es ist definitiv so. Denn informiert man die Behörden nicht, werden nicht nur weiter Menschen betrogen, sondern sind die Webseiten nach kurzer Zeit wieder offline, bedeutet das ja noch lange nicht, dass die Callcenter nicht weiterarbeiten. Man hat sich halt einfach nur wieder eine neue Domain gegönnt und das Webdesign der Webseite ein kleines bisschen angepasst und macht dann eigentlich in neuem Namen weiter. Das deutet eigentlich auch ganz stark darauf hin, dass die Mitarbeiter das wohl eigentlich wissen müssten, dass sie die Leute am Telefon bescheißen. Das Problem ist, habt ihr einmal Geld dort eingezahlt, ist die Chance sehr, sehr gering, dass ihr überhaupt jemals wieder euer Geld wiedersehen werdet. Egal, wie viel ihr da eingezahlt habt. Ob es nur die 250 Euro waren oder vielleicht sogar Millionenbeträge. Das Geld bleibt weg. Von daher kann ich immer nur wieder allen ans Herz legen, werdet ihr von irgendjemanden angerufen. Sollte man sich als allererstes darüber Gedanken machen, warum man wirklich angerufen wird und man sollte sich auch darüber Gedanken machen, dass wir in einer Welt leben, wo euch niemand anruft, um euch irgendetwas Tolles zu schenken. Wenn sich jemand die Mühe macht, euch anzurufen und es ist irgendeine Firma, dann steckt da definitiv irgendein Kapitalgedanke dahinter und nicht irgendeine Freundlichkeit. Gerade eine Firma, die auch bei den Preis vergleichen. Niemand ruft euch aus Nächstenliebe an und möchte euch irgendetwas günstiger machen oder euch dazu verhelfen, Geld zu verdienen. Das macht einfach gar keinen Sinn. Das kann bei Freunden, Familien, Verwandten, Bekannten so sein, aber definitiv nicht bei fremden Menschen. Weil warum? Warum sollten die euch gerade anrufen, um euch irgendwie einen finanziellen Vorteil zu verschaffen? Das hat einfach nur den Grund, dass sie sich selbst einen finanziellen Vorteil verschaffen wollen und, tja, nicht den Menschen helfen. Das Schlimme ist, dass sich gerade die Tradingmasche in Deutschland immer weiter ausbreitet und nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, in der Schweiz, in ganz Europa. Das Ganze ist quasi eine, tja, wie eine Seuche, kann man schon fast sagen. Die Behörden werden dem Problem schon gar nicht mehr Herrern. Denn sobald die Behörden ein Unternehmen dicht gemacht hat, machen schon wieder zehn weitere auf. Man weiß gar nicht, wie die Strukturen dahinter sind. Es kann zum Teil so sein, dass es verschiedene Strukturen sind, also verschiedene Zweige. Es kann sein, dass in einem Callcenter mehrere Firmen sitzen oder angeblich mehrere Domains abtelefoniert werden. Die müssen sich ja nur jedes Mal mit einem anderen Namen melden. Und wenn da ein neuer Datensatz reinkommt, steht ja direkt dran, über welche Firma sie sich angemeldet haben. Oftmals hört man hier in den Telefongesprächen auch schon gar keine Namen mehr von Firmen, weil dann wird es höchstwahrscheinlich so ein Callcenter sein, das einfach für mehrere Firmen telefoniert. Und, naja, im Gespräch muss man dann tausendmal nachbohren, von welcher Webseite sie denn nun genau anrufen. Ja, und dann brauchen sie bloß nachlesen, von welcher Webseite sie genau anrufen. Das steht halt da, ne? Das ist technisch alles kein Problem mehr, dass man das alles zusammenschalten kann und so die gleichen Mitarbeiter für 100 Callcenter oder für 100 Unternehmen telefonieren lassen kann. Ja, und da wundert es mich dann auch wirklich immer wieder, warum die Mitarbeiter nicht merken, dass das Betrug ist. Naja, wahrscheinlich wissen sie es. Und wenn man sich mein letztes Video angeguckt hat, wie viel die verdienen, teilweise fangen die mit 800 oder vielleicht sogar nur mit 400 Euro an und bekommen nur Provisionen. Denn ist ganz klar, wenn jemand Provisionen am Telefon bekommt, dann will der euch nicht helfen, dann will der an euch Geld verdienen. Denn der braucht die Kohle bei 400 Euro im Monat Festgehalt und den Rest Provisionen. Wer soll denn davon leben können? Das könnt ihr in keinem Land in Europa oder wahrscheinlich auch in keinem Land auf der Welt. Ich weiß es nicht. Aber es ist klar. Solche Leute, die können nur betrügen wollen. Mein Infovideo war heute mehr oder weniger mal eine kleine Zusammenfassung von den Trading-Betrüger-Videos, die wir hier die ganze Zeit schon auf dem Kanal haben. Das Schlimme ist, man bekommt sie nicht weg. Die Trading-Betrugsmasche, die gibt es schon genauso oder fast genauso lange wie die Lotto-Betrugsmasche. Mittlerweile ist ja Lotto, Zeitschriften und irgendwelche Gewinnversprechen schon ziemlich in den Hintergrund gerückt. Das liegt sicherlich daran, dass die deutschen Behörden schon strenger kontrollieren und diese Lotto- und der gleichen Betrugsmaschen mehr aus Deutschland stattgefunden haben als aus dem Ausland. Teilweise aus der Türkei, da sind viele nachgewiesene Strukturen mittlerweile schon, aber doch meistens aus deutschen Call-Centern. Naja, und da die Gesetze sich halt in Deutschland immer weiter verschärft haben, ist es für diese Betrüger natürlich auch nicht mehr einfach, auf dem Markt schon noch Bestand zu haben. Ich gehe davon aus, dass die Trading-Betrüger momentan einfach alles andere überrollen und damit den Markt natürlich schon komplett überflutet haben. Das Problem ist halt, solange man noch ans Telefon geht bei fremden Rufnummern, die man nicht kennt und mit denen dann sich in diese Gespräche verwickeln lässt. Ja, solange das so weitergeht, werden die Betrüger auch weiter versuchen anzurufen. Und solange man sich weiter bei solchen Plattformen einträgt, werden die auch weiter arbeiten. Tja, es scheint sich halt einfach zu lohnen. Informiert alle in eurer Umgebung und in eurem Umfeld, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist auch immer, dass wir nie alle schützen können. Das ist ganz logisch. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf solche Maschen hereinfallen kann. Allerdings gibt es nun die Opfer. Das kann man nicht wegdiskutieren. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wer von euch das Video oder wem von euch das Video auch weitergeholfen hat, gerne einen Daumen nach oben dalassen. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke jetzt gerne noch auf eins der letzten Videos oder schau dir gerne die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.